Ein Besuch im Felix-Nussbaum-Haus und im Kulturgeschichtlichen Museum wird unvergessen bleiben. Architekt Daniel Liebeskind hat eine Architektur geschaffen, die in Form und Material Kontraste zwischen Alt- und Neubau setzt. A visit to the Felix-Nussbaum-Haus on the Museum of Cultural History is unforgettable. Architekt Daniel Liebeskind hat eine Architektur geschaffen, die beide Materialien und Form benutzt, um Kontraste zwischen Alt- und Neubauern zu setzen. Das Felix-Nussbaum-Haus präsentiert die weltweit größte Sammlung des in Ostabrück geborenen und in Auschwitz ermordeten Künstlers. Seine Bilder sind sein Vermächtnis. Wenn ich untergehe, lasst meine Bilder nicht sterben. The Felix-Nussbaum-Haus houses the world's largest collection by this artist, who was born in Osnabrück and murdered in Auschwitz. Nussbaum's paintings are his legacy. When I perish, do not let my paintings die.